Hallo zusammen, totgesagte Leben länger, das trifft so ein bisschen auf die Vivo Active Reihe zu. Wir haben jetzt ganz neu die Vivo Active 5 bekommen, ich habe damit ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet. In diesem Video möchte ich euch einfach zeigen, was sind die Neuungen der Uhr, aber auch, was haben wir jetzt nicht mehr auf der Uhr, was wir noch bei den Vorgängern hatten. Aber ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, da haben wir sie auch schon, die neue Vivo Active 5 in der 42mm Variante. Ihr bekommt die Uhr jetzt nur noch in der 42mm Variante, es gibt da keine Auswahl mehr. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal die Venue 3 als Größenvergleich, das ist jetzt die normale Version. Wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt bei der Vivo Active 5 ein 1,2 Zoll großes AMOLED Display verbaut, während die Venue 3 mit 1,4 Zoll hier daherkommt in der normalen Version und in der S-Version auch hier in der 1,2 Zoll Version. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Widgets anschauen, können wir auch schon ein paar Unterschiede erkennen. Das 1,4 Zoll große Display ist einfach nochmal besser ablistbar als das kleinere Display, aber nichtsdestotrotz sind die Farben bzw. die Ablesbarkeit bei der Vivo Active 5 trotzdem gegeben. Ich habe die Uhr jetzt hier auf maximale Helligkeiten eingestellt bzw. hier auf maximale Dauer der Hintergrundbeleuchtung. Das ist nämlich so, wenn ihr das Ganze im Always-On-Betrieb habt, dann geht die Uhr hier in einen Standby-Modus bzw. zeigt euch dann hier einen Standby-Bildschirm an. Und sobald ihr die Gestensteuerung macht, bekommt ihr zum Beispiel hier die Blumenanimation, das ist eine der neuen Watchfaces, die wir bekommen haben, und die Zeit dann angezeigt bzw. auch die Widgets. Preislich bewegen wir uns bei der Uhr bei 299 Euro, während jetzt hier zum Beispiel die Venue 3 mit 499 Euro UVP aufschlägt. Also hier gibt es auf jeden Fall schon mal einen kleinen preislichen Unterschied. Wie schon angesprochen, die Memory-in-Pixel-Displays gibt es an dieser Stelle nicht mehr. Ich habe hier zum Beispiel die alte Vivo Active 3 meiner Frau. Also man sieht, die wurde viel getragen und wirklich gut geschunden. Da gehört mein neues Armband dran. So sieht übrigens eine Uhr aus, die wirklich täglich getragen wurde über mehrere Jahre. Also das ist jetzt die normalen Gebrauchsspuren. Und wenn wir uns einfach mal kurz einen Vergleich nehmen. Wir haben jetzt hier rechts auf der rechten Seite das Memory-in-Pixel-Display, das jetzt etwas dunkler gehalten ist. Das müsste man vielleicht noch ein bisschen heller machen. Und da kann man auf jeden Fall schon mal Unterschiede erkennen. Auch jetzt von der Bedienbarkeit haben wir hier natürlich ein anderes Bedienkonzept noch gehabt. Hier gab es aber nur eine Taste und es ist auf jeden Fall hier schon mal eine optische Aufwertung, was das AMOLED-Display angeht. Zum Display selbst kann man sagen, es ist sehr gut in der Sonne ablesbar. In Innenräumen natürlich auch alles kein Problem. Das wird wirklich sehr gut ausgeleuchtet. Wir haben eine automatische Hintergrundbeleuchtung. Das bedeutet, dass die Uhr hier dann auch erkennt, wie die Umgebungsbelichtung ist und passt dann hier die Umgebungsbeleuchtung bzw. die Hintergrundbeleuchtung an. So habt ihr natürlich hier eine optimale Akkulaufzeit für die Uhr. Wenn wir jetzt in Regen kommen, kann es manchmal zu Steuerungsproblemen kommen. Das heißt also, es reagiert dann vielleicht nicht ganz optimal. Es werden dann auch mal Sachen ausgeführt, die nicht ausgeführt werden sollen. Wenn ihr jetzt gerade hier in den Widgets unterwegs seid, dann müsst ihr dann manchmal ein bisschen das Display trocken reiben. Dann würde ich mal sagen, kommen wir aber zur Neuerung der Vivo Active 5. Das wäre in diesem Fall das Schlaftracking bzw. der Schlafcoach. Es ist immer noch so, dass die Vivo Active 5 oder generell die Garmin-Uhr hier den Schlaf tracken. Wir haben natürlich wieder klassisch unsere Zeit, die wir geschlafen haben, als auch die Bewertung der Qualität, wie natürlich dann auch nochmal eine Übersicht der Tiefschlafphasen, Remschlafphasen, Wachphasen. Ich kann zwar jetzt nicht sagen, dass die Tiefschlafphasen, Leichtschlafphasen exakt ermittelt werden. Was ich aber sagen kann, ist, dass zumindest die Einschlafphasen, Aufwachphasen mittlerweile gut passen. Das war ja in der Vergangenheit nicht so gewesen und das ist mir mittlerweile doch sehr gut umgesetzt. Das Ganze kennen wir so aber schon, was aber neu ist, ist dann der Schlafcoach. Neben der Venue 3 ist das jetzt die zweite Uhr, die das Ganze unterstützt und ist auch so, dass der Schlafcoach für euch individuell ermittelt wird. Das heißt also, die Uhr schaut in die Historie, wie ihr geschlafen habt und gebt euch dann euren Mittelwert an und darauf basiert dann die Daten, die der Schlafcoach hier ausgibt. Wir sehen jetzt hier, ich habe momentan einen ausgeglichenen Schlaf. Ich blende einfach mal ein, wie das aussehen würde, wenn das Ganze nicht passen würde. Dann habt ihr hier nämlich an der rechten Seite ein kleines Defizit, was euch angezeigt wird und auch hier habt ihr dann wieder eine Information über euren Schlaf bzw. den Schlafcoach. Wir sehen hier, aktuelles Bedürfnis liegt persönlich bei 7 Stunden und 50. Das erfülle ich momentan. Dabei setzt sich der Schlafcoach aus mehreren Sachen zusammen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Schlafprotokoll. Da wird einfach in die Historie geschaut, wie euer Schlaf dann war. Umso schlechter natürlich, umso mehr Defizit habt ihr, umso besser, umso weniger. Als natürlich auch das Aktivitätsprotokoll. Wir sehen hier, ich bin momentan in meinem normalen Bereich unterwegs. Auch hier bekommen wir dann so ein paar Informationen. Wir sehen jetzt hier, deine kürzliche Aktivitäten verändern, dein Schlafbedürfnis nicht. Das heißt aber auch, wenn ihr jetzt das sehr Intensives macht, kann es dazu führen, dass ihr auf jeden Fall hier mehr schlafen müsst, um euer Durchschnitt oder euer Bedarf wieder zu decken. Dann bekommen wir auch die Herzfrequenzvariabilität. Das haben wir jetzt auch ganz neu auf der Uhr. Die wird dann während des Schlafes gemessen. Und da sehen wir hier auch schon den Verlauf. Und auch dies ist dann ein individueller Wert, der für euch ermittelt wird. Das ist jetzt ganz basierend auf meine Daten. Das kann bei euch dann ganz anders aussehen. Und das sind natürlich Einflussfaktoren, wie zum Beispiel starkes Training, Alkohol oder auch sehr viel Stress, können dazu führen, dass die Herzfrequenzvariabilität nicht im ausgeglichenen Bereich ist und natürlich euch nicht in der Nacht komplett ausruhen lässt, beziehungsweise ihr nicht zur Ruhe richtig kommt. Und dann zu guter Letzt haben wir ja auch das Nickerchen. Das blende ich einfach mal ein. Die Uhr erkennt mittlerweile auch die Nickerchen. Also wenn ihr euch mittags hinlegt und schlaft, egal wann das ist, müsst ihr es überhaupt nicht angeben. Die Uhr erkennt es dann. Und es gibt dann auch eine kleine Analyse, ob der Schlaf dann zu lange war oder ob der dann positiv auf euch ausgewirkt hat. Das könnt ihr dann auch hier in den Daten sehen. Denn Stichwort Herzfrequenzvariabilität ist natürlich dann auch immer der optische Herzfrequenzsensor interessant. Und wir haben jetzt hier bei der Vivo Active 5 nicht den neuesten verbaut. Nein, wir haben jetzt hier die Vierer-Version, beziehungsweise den von Garmin, die vierte Modellreihe. Wenn wir zum Beispiel die Venue 3 dagegen halten, können wir schon ganz gut sehen, dass wir hier den neueren Sensor haben, obwohl die Uhren ja ziemlich zeitgleich erschienen sind. Woran erkenne ich das? Ganz einfach. Wir haben jetzt hier mehr LED-Anzeigen, das sind diese weißen Punkte, als noch hier bei der Vivo Active 5. Und wenn wir zum Beispiel die 400-265 dagegen halten, können wir ganz gut erkennen, dass hier der gleiche Sensor wie bei der Vivo Active 5 verbaut worden ist. Der Sensor ist an sich jetzt nicht schlecht. Also wir bekommen auch hier sehr gute Daten angezeigt. Sei es jetzt beim Radfahren oder jetzt beim Laufen, bei Intervalltrainings, haben wir gegenüber einem Brustgurt wirklich sehr gute Daten. Also da müsst ihr auf jeden Fall hier keine Abstriche machen. Der neue Sensor, also die 5er-Ausgabe, die wir jetzt bei der Venue 3 haben, verspricht dann halt nochmal beim Radfahren, gerade auf Schotterpisten, nochmal bessere Daten als jetzt hier der alte Sensor. Neben der Herzfrequenzvariabilität, die wir hier dann nochmal haben, sehen wir jetzt nochmal ganz schön grafisch aufgearbeitet, in welchem Bereich wir uns bewegen, wird natürlich dann auch hier die normale Herzfrequenz gemessen. Ihr könnt euch über den ganzen Tag das Ganze messen lassen, das mache ich zum Beispiel, als natürlich auch die Ruheherzfrequenz bekommen, die dann angezeigt, wie natürlich auch hier die Option, euch den Pulsoximeter jeden Tag messen zu lassen, beziehungsweise am Abend oder 24-7, das ist an dieser Stelle hier mit dem optischen Herzfrequenzsensor auch möglich. Eine Änderung, die wir schon mit der Venue 3 bekommen haben, die wir jetzt auch mit der Vivo Active bekommen, ist die neue Garmin Body Battery. Jetzt haben wir natürlich erstmal die klassische Übersicht, wie wir sie schon kennen, mit diesen Stressbalken und diesem blauen Strich, der hier runter geht, beziehungsweise immer kleiner wird. Ihr habt jetzt aber auch die Möglichkeit, wenn wir eins runterscrollen, euch hier die Details der Aktivitäten nochmal genauer anzuschauen. Wir sehen jetzt hier, ich habe hier zum Beispiel einen Workout gemacht, bin hier gegangen, als natürlich auch hier mal eine Erholung am Tag gehabt. Ihr bekommt dann auch immer eine Meldung angezeigt, wenn ihr gestresst seid oder wenn ihr jetzt erholt seid, dann bekommt ihr es mal angezeigt, dass ihr jetzt so und so viele Punkte verloren habt oder gewonnen habt. Und wir sehen jetzt hier, ich habe hier einen ereignisreichen Tag gehabt, hier war dann die Nacht und so habt ihr es hier nochmal in der Übersicht. Und wenn wir nochmal eins nach unten scrollen, bekommen wir dann auch nochmal die Faktoren angezeigt. Wir sehen jetzt hier die verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe. Ich war jetzt laufen, ich habe die Erholung gehabt. Dann sehen wir zum Beispiel hier die Laufeinheit, sehen wir hier Nutzen für die Fitness, minus sieben Punkte, aber bekommen eine kleine Analyse angezeigt, was hier die Auswirkung war, wie lange das Workout ging. Und so habt ihr das Ganze dann nochmal ein bisschen aufgearbeitet und versteht die Garmin Body Battery an dieser Stelle etwas besser. Darüber hinaus bekommt ihr dann auch noch jeden Morgen einen Garmin Morgenbericht angezeigt. Der gibt euch einfach einen kleinen Überblick über das Wetter bzw. die Herzfrequenzvariabilität als natürlich dann auch euren Kalender, wo ihr dann eure Daten einschauen könnt, was da heute alles ansteht. Das bekommt ihr geboten. Ihr habt aber die Möglichkeiten, diesen Bericht individuell für euch zu gestalten in der Garmin Connect App oder dann das Ganze generell abzuschalten, wenn ihr es nicht haben wollt. Das ist natürlich hier auch möglich. Darüber hinaus gibt es dann jeden Abend dann auch einen Abschlussbericht oder einen Abendbericht. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier, ermüdender Tag. Offenbar wurde deine Reserven heute durch viel Training und Stress abgebaut. Das heißt also, ich habe jetzt hier einen anstrengenden Tag gehabt. Es gibt hier verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Workout-Tag, wo dann nochmal das Ganze analysiert wird oder ein ruhiger Tag. Und so habt ihr dann nochmal ein bisschen eine Übersicht, was dann euer Fitnesslevel angeht. Auch was das Interface angeht, haben wir hier so einige Anpassungen erhalten mit der Vivo Active 5. Wir bekommen jetzt hier, wie wir es schon von den Vorhörernern kennen oder Venue 3, ja das neue Menü präsentiert, das auch so ein bisschen animiert ist, schön aufgearbeitet wird. Aber natürlich auch zum Beispiel beim Wetter bekommt ihr so eine kleine Übersicht angezeigt, wie es draußen aktuell aussieht. Das wird hier wirklich sehr schön aufgearbeitet. Und wir haben jetzt auch die Option, wenn wir zum Beispiel jetzt hier rausgehen und von links nach rechts wischen, können wir uns zum Beispiel die Taskleiste anzeigen lassen. Das sind alle Apps, die wir jetzt hier kürzlich geöffnet haben und können dann nochmal direkt hier reinspringen. Hier kommen dann direkt in den Schlafcoach rein. Das ist zum Beispiel eine Option. Oder beim Thema Aktivitäten, wenn wir jetzt hier ins Aktivitätsmenü hineingehen, sehen wir hier oben schon, wir haben zwei Reiter zur Auswahl. Einmal die Aktivität als auch die Apps. Und so habt ihr das Ganze ein bisschen aufgeräumter und müsst jetzt hier nicht irgendwelche Apps in den Aktivitäten suchen. Einzig, wenn ihr zum Beispiel Komoot nutzt, das taucht hier noch unter den Aktivitäten auf. Das sehen wir jetzt hier. Das ist hier noch enthalten. Das läuft hier nicht unter Apps. Aber wenn wir jetzt einfach mal in die Apps hineingehen, da können wir zum Beispiel sehen, Brieftasche, Musik oder auch die neue Taschenlampe, die wir jetzt haben, ist hier ebenfalls hinterlegt. Die können wir dann hier auswählen, beziehungsweise dann hier nutzen. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen, können wir nochmal sehen, Position speichern, Stoppuhr. Also ihr seht hier, einige Sachen sind hier dann unter Apps hinterlegt. Und das Wischen, was ich euch gerade gezeigt habe, von links nach rechts wischen, das ist hier ein Kurzbefehl. Ihr habt nämlich jetzt die Möglichkeit, auf der Vivo Active 5 auch Kurzbefehle zu verwalten. Dafür gehen wir jetzt in die Einstellungen hinein. Da sehen wir jetzt hier Kurzbefehl, Letzte Apps oder auch App-Liste. Also wir sehen hier, wir können eine Vielzahl an Apps hier hinterlegen, zum Beispiel auch dann die Taschenlampe. Das können wir jetzt einfach mal auswählen. Und dann machen wir das Ganze mal einfach, gehen wir raus. Und dann sehen wir jetzt hier, wenn wir jetzt von links nach rechts wischen, kommen wir hier automatisch auf die Taschenlampe und könnt hier euch die Räume ausleuchten, die ihr braucht. Leider ist es so, dass die Vivo Active 5 nur einen Kurzbefehl unterstützt. Das heißt also, es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel bei der Venue 3. Die hat ja hier nochmal so eine mittlere Taste. Die mittlere Taste bei Venue 3 gibt ja die Möglichkeiten, hier zwei Kurzbefehle draufzulegen plus das Wischen. Das heißt also, Venue 3 hat drei Kurzbefehle, während die Vivo Active 5 an der Sache hier nur einen einzigen Kurzbefehl unterstützt. Warum man jetzt hier die Tasten nicht noch nutzt, das ist leider fraglich. Schade auch, aber wie gesagt, es geht momentan hier nur der eine Kurzbefehl. Was wir darüber hinaus hinzubekommen haben, ist ja auch jetzt die Möglichkeit, uns die Schriftgröße anzeigen zu lassen. Dafür müsst ihr einfach nur ins System hineingehen. Unter Anzeige sehen wir hier auch schon Schriftart, abgekürzt, also große Schriftart. Das wählen wir jetzt einfach mal aus. Sehen wir jetzt hier, ist das Ganze etwas größer geworden. Ich gehe mal hier auf klein, dass man einfach einen Unterschied sieht. Es ist aber so, dass das Ganze nur in den Menüs etwas größer dargestellt wird. Wenn wir jetzt in die Widgets selber hineingehen, sehe ich da jetzt keine großen Unterschiede. Das ist für mich also optisch immer noch gleich. Vielleicht so ein kleines bisschen leicht größer, aber wie gesagt, ich finde jetzt keinen riesen Unterschied zu vorher. Wenn wir da einfach mal in die Schritte hineingehen, ist es trotzdem, wenn ihr jetzt mit den Augen ein bisschen Probleme habt, immer noch etwas klein. Es ist jetzt nicht so, dass das Ganze etwas größer dargestellt wird. Das sind so hauptsächlich die Schriften im Menü, beziehungsweise hier in der Einstellung, die etwas größer dargestellt werden. Eine Sache, die wir mit der Venue 3 erhalten haben, ist der sogenannte Rollstuhlmodus. Den haben wir jetzt auch bei der Vigo Active 5. Ich aktiviere den jetzt einfach mal unter den Benutzereinstellungen. Was ist hier der Vorteil? Ganz einfach. Ihr bekommt einmal unter den Schritten jetzt keine Schritte mehr angezeigt, sondern eure Schübe werden dann ermittelt. Da werdet ihr auch dann gefragt, wie aktiv ihr seid. Und so habt ihr eine kleine Analyse über eure Schübe. Aber nicht nur die Schübe werden ermittelt. Nein, es gibt dann für euch auch individuell angepasste Aktivitäten. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, das Gehen ist dann kein Gehen mehr, sondern einfach Schübe im Gehtempo oder dann auch im schnelleren Lauftempo oder im Lauf-Renntempo. Ich weiß nicht, wie man das am besten bezeichnet. Und natürlich auch Tennis oder auch andere Sportarten, die jetzt hier dann für euch individuell angepasst werden. Wir können zum Beispiel ins Krafttraining reingehen. Sehen wir hier, bekommen so eine kleine Übersicht angezeigt. Und wenn wir dann unter Trainings gehen, können wir auch gucken, sehen wir hier zum Beispiel auch schon die neue Heatmap vom Krafttraining. Die wird euch dann ebenfalls mit angegeben. Oder zum Beispiel Schubkraft. Also für euch dann eigene angepasste Trainings werden dann ebenfalls mit angeboten. Oder stark im Rollstuhl ist auch so eine Option, die wir nehmen können. Wir gucken uns einfach mal an, was für Übungen das sind. Hier zum Beispiel Brust drücken, Nacken ziehen. Also ihr seht, auch dann für die Rollstuhlfahrer wird das Ganze hier wirklich sehr gut umgesetzt. Ja, bevor wir zu den Änderungen der Sportarten kommen, gehen wir mal ganz kurz auf die Sachen ein, die auf der Vivo Active 5 jetzt fehlen, die wir aber von den Vorgängerversionen kennen. Wir haben auf der Vivo Active 5 hier keinen barometrischen Höhenmesser mehr verbaut. Wir haben zum Beispiel, wie gesagt, hier vorne nochmal die Vivo Active 3. Was ist die Auswirkung? Ganz einfach, bei der Vivo Active 3 bekommen wir jetzt hier zum Beispiel noch die Stockwerke angezeigt. Die hat die Vivo Active 5 an dieser Stelle nicht mehr. Das heißt also, wenn ihr jetzt im Fitnessbereich unterwegs seid und Stockwerke für euch interessant ist, dann müsst ihr dann auf die Vivo 3 zum Beispiel gehen. Die bietet das Ganze hier nämlich an. Wir sehen jetzt hier, die Etagen werden gezählt. Das haben wir so auf der Vivo Active 5 nicht mehr. Da gibt es dann auch eine Einschränkung, was dann die Sportaktivitäten angeht. So haben wir zum Beispiel beim Skifahren und beim Snowboarden auch keine automatische Erkennung mehr. Wenn ihr ja mit dem Lift hochfahrt und wieder runterfahrt, das geht einfach nicht mehr, weil hier der barometrische Höhenmesser fehlt. Eine weitere Sache, die wir auf der Vivo Active 5 auch ebenfalls nicht mehr haben, beziehungsweise weggenommen worden ist, sind die animierten Workouts. Ich habe jetzt zum Beispiel hier mal das Yoga-Training auf der Vivo Active 5 hier rechts und auf der Vivo Active 5 links ausgewählt. Und wenn wir jetzt mal auf Trainings gehen, wir wählen jetzt eigentlich das gleiche Training aus. Wir nehmen jetzt einfach Yoga 101. Bekommen wir hier bei beiden Uhren angezeigt, was hier die verschiedenen Aktivitäten sind. Und wenn wir bei der Vivo Active 5 jetzt hier drauf gehen, bekomme ich hier so eine Animation angezeigt, was wir an dieser Stelle machen sollen. Das ist jetzt natürlich nichts Weltbewegendes, was wir gerade sehen, aber es gibt dann auch andere Übungen. Und wenn wir auf der Vivo Active 5 drauf gehen, sehen wir hier, dass wir keine Notiz verfügbar, also nichts sehen, obwohl eigentlich hier ja früher auch die animierten Workouts waren. Das ist an dieser Stelle hier auch weggenommen, beziehungsweise nicht mehr vorhanden. Was wir aber neu hinzubekommen haben, das haben wir gerade eben schon gesehen, ist zum Beispiel jetzt beim Krafttraining hier die Heatmap, ja, Heatmap, beziehungsweise wo wir dann sehen können, welche Muskelpartien jeweils trainiert werden, wenn wir hier diese Workouts durchführen. Das ist jetzt hier neu eingeführt auf der Vivo Active 5. Was wir neu erhalten haben, ist die Einstellung, beziehungsweise Verwaltung der Intervalle direkt auf der Uhr. Ihr habt ja schon immer die Möglichkeit gehabt, in Garmin Connect selber Trainings zu planen. Ich habe dazu mal ein Tutorial gemacht, das verlinke ich dir mal. So habt ihr jetzt aber auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt unterwegs seid und schnell ein Intervalltraining machen wollt, das wie gesagt auch direkt auf die Uhr zu machen. Dafür gehen wir jetzt einfach ins Laufen hinein. Und dann gehen wir einfach hier auf den Pfeil und sehen jetzt hier auch schon Intervalle. Und da habt ihr zwei Möglichkeiten, offene Wiederholung oder ein strukturiertes Workout. Und wir sehen schon, ich habe hier 5x400 Meter mit 1 Minute 30 Pause. Ihr könnt es aber natürlich für euch komplett individuell einstellen, wenn ihr das haben wollt. Das sind jetzt hier zum Beispiel immer noch die 400 Meter. Das lassen wir jetzt einfach mal. Wir können dann aber auch einstellen, welche Wiederholung wir haben wollen. Gehen wir zum Beispiel jetzt auf 6x. Sagen wir, okay, Warm-Up wollen wir auch dazu haben. Und schon habt ihr dann hier eine Wiederholung mehr und könnt dann hier direkt euer Intervalltraining starten. Auch beim Thema Auswertung Trainings. Wir kommen jetzt auf der Vivo Active 5 hier nochmal eine bessere Auswertung beziehungsweise eine detaillierte Auswertung. Das ist jetzt hier die letzte Aktivität. Können wir uns einfach mal anschauen. Das ist jetzt meine Gehaktivität. Wir gehen jetzt einfach mal ins Laufen hinein. Dann sehen wir jetzt auch schon hier, ich habe heute 6,03 Kilometer absolviert. Wenn wir die Daten nochmal hineingehen, dann bekommen wir noch mal so ein paar Details mehr, wie zum Beispiel die Pace, die wir dann ja gelaufen sind, mit so einer kleinen Unterbrechung, als natürlich auch den Herzfrequenzbereich, sowohl die maximale als auch die durchschnittliche Herzfrequenz, wie auch dann natürlich nochmal die Aufteilung der verschiedenen Zonen, in der ich mich aufgehalten habe. Und natürlich hier die verbrannten Kilokalorien beziehungsweise in Ruheenergie wird auch aufgeteilt. Und was wir jetzt hier neu hinzubekommen, ist jetzt hier auch eine kleine Analyse. Wir sehen uns hier, Verbesserung der Fitness, regelmäßiges Training wie dieses, Verbessern deine Fitness. Oder wenn ihr zum Beispiel ein VO2 Max Training macht, wird das Ganze dann hier angezeigt. Hier bekommt ihr nochmal individuell für euch das Ganze hier analysiert. Dann haben wir nochmal einen Verbrauch der Garmin Body Battery, das haben wir gerade eben schon gesehen. Da sehen wir nochmal 7 Punkte hat das Ganze gekostet. Als natürlich dann auch nochmal die VO2 Max und die Erholungszeit. Das kann ich hier im Nachgang nicht mehr anschauen, das blende ich einfach mal ein. Und so bekommt ihr dann auch mal einen Überblick eure VO2 Max, beziehungsweise wie viel Erholungszeit ihr hier eingehen sollt. Die wichtigste Grundlage, um überhaupt eine Auswertung zu bekommen, ist natürlich eine Aktivität durchzuführen. Da schauen wir uns einfach mal an, was uns die Vivo Active 5 hier so alles anbietet. Wir haben jetzt natürlich Laufen und Gehen dabei, als auch Indoor Gehen, Laufbahn und Hallenbahn ist dabei, oder Radfahren, Indoor Rad und E-Bike. Beim E-Bike habt ihr jetzt auch die Option, was neu hinzukommt, das E-Bike mit ANT Plus zu verbinden. Und hier bekommt ihr dann auch eine Übersicht über eures aktuellen Akkustandes, als auch die E-Bike Reichweite, sofern das Ganze unterstützt wird, könnt ihr euch auf die Uhr dann auch anzeigen lassen. Beim Radfahren selber habt ihr dann die Möglichkeit, einen Drittfrequenzsensor und einen Geschwindigkeitssensor zu verbinden. Ein Wattmesser geht an dieser Stelle hier leider nicht. Das wird nicht unterstützt. Das heißt also, wenn ihr jetzt auf Watt trainieren wollt und eher eine Fitnessuhr tragen wollt, dann müsst ihr an dieser Stelle hier auch wieder auf die Venue 3 zurückgreifen. Die unterstützt an dieser Stelle das Ganze hier mit der Wattmessung am Fahrrad. Dann gibt es hier noch Tennis, Schwimmbad und Freiwasser, was neu hinzugekommen ist, als natürlich auch Stand-Up Paddeln. Und auch ganz neu ist natürlich hier Indoor Handbiking, wie auch jetzt Rudern und Indoor-Rudern oder hier Handbiking, jetzt habe ich es falsch sortiert, also es gibt einmal Indoor und Outdoor, als natürlich auch Krafttraining, Gradio- und Cross-Training, Stepper, HIT, Yoga, Pilates. Und was neu dazu kommt, ist auch die Meditation. Und natürlich darf dann auch der Wintersport nicht fehlen, Snowboarden, Skifahren und Schneeschuhlaufen, als auch Langlauf. Und natürlich dann auch noch Disc-Golf, Golf spielen, Pickleball und Paddle. Das ist auch dabei. Hier haben wir zwar auch jetzt Navigieren als Punkt, Navigieren ist aber nur rein nach Kompass. Das heißt also, ihr bekommt auch wirklich dann nur ein Pfeil angezeigt. Ihr könnt euch jetzt hier keine Route navigieren lassen oder könnt euch keine Route navigieren lassen. Es gibt hier keine Krümmel-Navigation. Wenn ihr sowas nutzen wollt, dann müsst ihr hier zum Beispiel auf die Commode-App zurückgreifen, die ich jetzt hier schon installiert habe. Voraussetzung hier ist aber, dass ihr dann entweder ein Weltpaket habt oder ein Premium-Paket, also ein Abogebühr quasi, um das Ganze hier an dieser Stelle nutzen zu können. Das geht sonst an dieser Stelle kostenlos nicht. Und dann haben wir hier noch Gaming als Aktivität und Atemübung wird ebenfalls mit angeboten. Stichwort Aufzeichnung der Aktivitäten ist natürlich dann auch immer interessant, mit welchen Satellitensystemen aufgezeichnet wird. Die Vivo Active 5 unterstützt an dieser Stelle hier alle Systeme. Das heißt also, es werden auf alle Systeme zurückgegriffen. Es ist aber nicht so wie beim Multiband. Multiband GPS ist nochmal eine Stufe besser, weil hier wird anhand der verschiedenen Satellitensysteme dann euer Position ermittelt. Das ist gerade im Wald interessant oder in der Stadt. Ich muss aber auch sagen, dass hier die Vivo Active 5 wirklich sehr, sehr gute GPS-Werte hier trotzdem gibt, auch wenn man in der Stadt unterwegs ist. Ich habe hier zum Beispiel zwischen Multiband GPS und alle Systeme gerade mal 20 Meter Abweichung gehabt in der Stadt und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Bei AMOLED-Uhren ist natürlich immer wieder die Akkulaufzeit interessant und so habe ich jetzt zum Beispiel hier ein Widget, das die Daten ermittelt. Wir sehen hier momentan, ich habe jetzt einen Verbrauch von 1,688% die Stunde. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt hier mit maximaler Beleuchtung das Ganze nutze und hier eine Stunde lang schon das Display anhabe. Also der Wert passt nicht so ganz. Ich kann jetzt sagen, dass ich momentan so bei meinen ersten Tests auf zweieinhalb, drei Tage, dreieinhalb Tage, je nachdem, welche Nutzung ich an Aktivitäten mache, hier auskomme. Da muss ich aber zu wissen, ich habe hier auch den Pulsoximeter an, ich habe hier das Orbis-On-Display an mit automatischer Helligkeit, als auch die mittlere Einstellung für die Helligkeit, also wie lang das Ganze an ist und die 24-Hertzüggensmessung und Schlaftracking, was wie gesagt dann zu knapp drei Tagen Laufzeit führt. Um das Ganze mal mit Workouts einzuordnen, ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Rathu gemacht mit den verbundenen Sensoren und bin hier bei einer Stunde 42 auf 10% Akkuverbrauch gekommen, was etwa hochgerechnet 17 Stunden sind, also 17 Stunden Aktivität in diesem Modus oder eine Laufeinheit mit 42 Minuten, die hat mir dann 4% Akku gekostet, da käme ich dann so rechnerisch auf etwa 17,5 Stunden Laufzeit. Was ich damit sagen will, also ihr kommt auf jeden Fall hier mit einer Wandertagestour oder sogar zwei Tagestouren hier gut aus, das ist an dieser Stelle hier kein Problem. Wie gesagt, das Ganze im Always-On-Betrieb, wenn ihr das noch aus Always-On ausschaltet, habt ihr sogar noch längere Laufzeiten hier, die möglich sind. Ja, das Ganze sollte jetzt erstmal ein grober Überblick der neuen Vivo Active 5 sein. Ihr habt natürlich dann auch noch Offline-Musik dabei, wo ihr dann von Amazon oder von Deezer beziehungsweise Spotify hier Musik herunterladen könnt und offline mitnehmen könnt. Also ihr seht, hier gibt es immer noch eine große Vielzahl an Funktionen. Ich würde natürlich auch nochmal ein Vergleichsvideo mit der Venue 3 machen, also was hier die Unterschiede sind. Die haben ja immerhin einen Preisunterschied von 200 Euro, die müssen ja irgendwo herkommen, da vergleiche ich auch auf jeden Fall mit beiden Uhren. Falls ihr es interessiert, lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, ich konnte mal einen kleinen Eindruck geben, was die Vivo Active 5 hier alles kann. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.